60 Prozent der Menschen, die in die Kurzzeitpflege kommen, sind im Monat zuvor aus dem Krankenhaus entlassen worden. Gleichzeitig fragen sich die Angehörigen, wie wollen wir das organisieren? Das ist die Herausforderung, wie wir im Projekt Digital Care angegangen sind. Die Herausforderung ist, dass wir wissen, dass fast 60 Prozent derjenigen, die in die Kurzzeitpflege gehen, aus dem Krankenhaus entlassen werden. Im Krankenhaus sinken die Verweildauern, gleichzeitig steigt die Fallschwere und dann stellt sich die Frage, was bedeutet das für einen Übergabeprozess? Was muss man wissen? Natürlich muss man wissen, gibt es ausreichend Kurzzeitpflegeplätze? Das ist die eine Frage. Aber auch braucht man Informationen von Seiten der Kurzzeitpflegeeinrichtung bzw. der eingestreuten Kurzzeitpflege, aber auch von Seiten des Krankenhauses. Bislang ist es eher zufällig, wie das organisiert wird und nicht systematisch. Und unsere Idee war, eine systematische Idee zu entwickeln dafür, nicht nur eine reine technische Lösung. Wir in unserem Projekt sind jetzt daran gegangen, zu sagen, wir möchten das Ganze über eine digitale Infrastruktur lösen, über eine Plattform. Und damit der abgebenden Einheit Krankenhaus und der aufnehmenden Einheit Pflegeheim, die die Suchzeiten ersparen und damit ein schnelleres Matching zu erreichen. Also einfach die Entlassmanager des Krankenhauses schneller mit den entsprechenden Pflegeheimen in Verbindung bringen, die auch tatsächlich Plätze frei haben. Wir als Softwarepartner waren für die Implementierung der Plattformlösung zuständig. Dabei war uns vor allem wichtig, dass die Plattform eine Cloud-Lösung ist. Das heißt, die ist skalierbar und von überall aus erreichbar. Und damit kann man auch eine überregionale Überleitplattform abbilden. Also die Plattform hat zwei Zugänge. Seitens der Kurzzeitpflegeeinrichtung kann ich dort freie Versorgungskapazitäten veröffentlichen, die geringfügig spezifiziert sind. Und seitens der Klinik kann ich dann auf diese Informationen zugreifen und da dann passende Kurzzeitpflegeplätze auswählen, die dem Versorgungsbedarf meiner Patientinnen und Patienten entsprechen. Nun, es existiert mittlerweile ein Prototyp dieser Plattformlösung. Es ist ja nur ein Teil dieser Plattform. Der läuft in der Region Augsburg mit einigen Testeinrichtungen. Und ja, die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass im ersten Schritt vor allem dieses Matching adressiert wurde. Auch nach wie vor ganz wichtig, weiterhin einen persönlichen Kontakt pflegen. Also es geht vor allem darum, die Suchzeit zu reduzieren, die beiden Einrichtungen zusammenzubringen. Und dann soll der persönliche Kontakt wiederhergestellt werden. Es ging den beiden Wissenschaftspatnen, den Fraunhofer IES und uns, darum, nicht nur das Matching-Problem in den Vordergrund zu stellen. Das ist natürlich wichtig und ist die Grundlage, sondern es ging eher darum, Informationen so systematisch aufzuarbeiten, dass man eine Idee hat, wie man in einem Verlauf einer Patientenorganisation, eines Übergangs, Informationen einbetten kann. Von Krankenhaus natürlich in die Kurzzeitpflege, aber möglicherweise auch in die Rehabilitation in andere Formen, bis in soziale Plattformen. Und deswegen haben wir diese Idee genannt. Wir wollen mitwirken an einer Philosophie eines Care Pathways. Wir haben einen Nukleus jetzt vom Krankenhaus in die Kurzzeitpflege. Wir wissen jetzt mehr über Matching, wir wissen auch mehr über Care Pathways. Was wir wissen wollen letztendlich ist, Plattformen als Teil sozialer Infrastrukturen zu entwickeln, die helfen können, in ganz, ganz vielen Übergangsphänomenen beizutragen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass das eine ganz wesentliche Lösung sein wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017